So viele quellen sich immer wieder durch irgendwelche Diäten, nur um danach wieder zu erkennen, dass sie langfristig nichts gebracht haben. Sie reden sich dann ein, einfach zu wenig Disziplin gehabt zu haben. Das stimmt aber nicht, denn es geht hier um Gewohnheiten. Und die können wir nicht mit der Disziplin-Brechstange verändern. Da gibt es einen anderen Trick. Und den erfährst du jetzt. Die meisten Menschen scheitern beim Abnehmen daran, permanent konsequent sein zu müssen und in kurzer Zeit alle gewohnten Lebensmittel in nur gesunde Lebensmittel austauschen zu müssen. Lass uns mal über Gewohnheiten nachdenken. Was sind eigentlich Gewohnheiten? Gewohnheiten sind automatisierte Handlungsabläufe. Und weil sie unbewusst ablaufen, spart das sehr viel Gehirnenergie. Sie laufen unbewusst ab und verbrauchen damit auch keine Aufmerksamkeitsenergie. Kannst du dich noch daran erinnern, wie anstrengend es damals war, Autofahren zu lernen? Wahnsinn, was da alles gleichzeitig beachtet werden musste. Kuppeln, bremsen, der richtige Druck auf das Gaspedal, im richtigen Moment Blinker setzen, in den Rückspiegel schauen, Schulterblick, aber auch die Verkehrszeichen dabei beachten und richtig deuten können, dann vorausschauend andere Verkehrsteilnehmer einschätzen können, weil die vielleicht nicht so gut in der Fahrschule aufgepasst haben. So viel Bewusstes mit der Situation auseinandersetzen, braucht sehr viel Rechenkapazität in deinem Arbeitsspeicher. Und genau die ist begrenzt. Hättest du gleichzeitig noch über die Freisprecheinrichtungen telefonieren, dich intensiv mit einem Beifahrer unterhalten, nebenbei noch was essen oder einfach ein bisschen Tag träumen können? Eher nicht, richtig? Und heute geht das alles. Und zwar genau deshalb, weil aus den anstrengenden, bewussten Abläufen eine Gewohnheit geworden ist, die energieschonend im Unterbewusstsein automatisiert abläuft. Deshalb streng dich das Fahren heute auch nicht mehr so stark an. Richtig? Schauen wir jetzt mal in unser Essprogramm. Wir essen täglich, sagen wir, dreimal. Das macht pro Jahr großzüngig abgerundet ungefähr 1000 Mahlzeiten. Nimm diese 1000 und multipliziere sie jetzt mit deinem Lebensalter in Jahren. Erkennst du es? Wir haben unsere Essgewohnheiten über Zehntausende Mal immer und immer wieder bestätigt. Du isst wahrscheinlich seit langer Zeit häufig das Gleiche. Und damit wir uns richtig verstehen, ein Wechsel von der Himbeer auf die Erdbeermarmelade zählt nicht als verändertes Essverhalten. Wichtig ist, dein Essprogramm, deine Essgewohnheiten haben sich unzählig oft bewährt. Es schmeckt, macht dich satt. Naja, zumindest in dem Sinne satt, wie du es gewohnt bist. Dann ist dein S&B zahlbar, passt also in dein Budget. Es ist einfach zu beschaffen. Du weißt, wie du es zubereiten musst, wie lange es wo gelagert werden kann. Und es ist für dich verträglich. Das sind so viele automatisierte Prozesse, die deine Aufmerksamkeit nicht beanspruchen. Nicht mehr beanspruchen. Jetzt denk mal darüber nach, was eine typische Diät von dir abverlangt. Auf einen Schlag, also von jetzt auf gleich, sollst du deine Essgewohnheiten radikal verändern. Viele neue, vielleicht auch aufwendige Rezepte, ganz andere Lebensmittel als bisher, veränderte Zubereitungsmethoden und dann noch regelmäßig Sport. Das alles braucht maximale Aufmerksamkeit. Vielleicht sind da auch noch deine Freunde oder Arbeitskollegen mit ihren blöden Kommentaren, wenn die mitbekommen, dass du gerade eine Diät machst. Das ist da anstrengend. Wenn da noch Zweifel dazu kommen, ob du auch alles wirklich richtig machst, boah, es dauert wahrscheinlich nicht lange, bis es zum Gefühl der Überforderung kommt. Vor allem dann, wenn du zu Hause mit den Kindern noch Stress oder im Job gerade wahnsinnig viel um die Ohren hast. Dann ist dein Aufmerksamkeitskonto, dein Willenskraft-Akku bald leer. Und der lädt sich auch vor allem dann nicht mehr auf, wenn dich die Hungerhormone zur nächsten Kalorienquelle treiben. Dann brichst du ab und hast dir wieder einmal mehr bewiesen, dass du einfach keine Disziplin hast. Weißt du, wie das in der Psychologie genannt wird? Erlernte Hilflosigkeit. Du wirst immer unfähiger, dir selbst zu vertrauen und dir etwas zuzutrauen. Du wirst hilflos dir selbst gegenüber. Es kommt noch was dazu. Dein innerer Schweinehund, der dir das Umsetzen neuer, gesunder, schlankmachende Gewohnheiten richtig schwer macht. Ja, deshalb wird er auch als Feind bezeichnet. Das ist aber komplett falsch. Er ist kein Feind. Er ist dein Freund, weil er es im Prinzip gut mit dir bzw. mit deinen Energieressourcen meint. Seine Aufgabe, er beschützt deinen Aufmerksamkeitsakku und verlässt sich auf die bewährten Gewohnheiten. Sabotiert deshalb in schwachen Momenten dein Vorhaben, daran etwas verändern zu wollen, weil genau das dann deine Energie schont. Deine Aufmerksamkeitsenergie, die wird von ihm beschützt, sinnvoll in deine täglichen Herausforderungen investiert. Ja, doof ist, er weiß nicht, wie gut es dir und damit auch ihm mit gesunden Gewohnheiten in Zukunft gehen würde. Er lebt ihm hier und jetzt. Genau das tut übrigens auch ein Hund und ein Schwein. Deshalb verteidigt der Schweinehund auch Bewährtes, Gewohntes. Nochmal, weil das so wichtig ist. Er ist nicht dein Feind, sondern dein Verbündeter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ihn dann nicht bekämpfen, sondern liebevoll erziehen können. Du wirst nur dann einen durchschlagenden und vor allem dauerhaft Erfolg mit einer Ernährungsumstellung haben, wenn du deinen inneren Schweinehund mit auf die Reise nimmst. Und ja, natürlich weißt du auch schon ganz viel über die Ernährung. Aber das reicht vermutlich noch nicht ganz aus, weil dein innerer Schweinehund eben jede Wissenslücke, jede Unsicherheit, jedes aufkommende Fragezeichen nutzen wird, um dich von deinem Vorhaben abzubringen. Du merkst schon, mit reiner Disziplin, mit Kampf kommen wir nicht sehr weit. Dafür sorgt eben unser Schweinehund. Deshalb zurück zum Thema Gewohnheiten. Diese können uns also gesund, fit und schlank machen oder übergewichtig, unglücklich und am Ende vielleicht sogar auch noch krank. Denn sie heißen schließlich Gewohnheiten, weil du sie über einen längeren Zeitraum immer und immer wieder wiederholst. Um das zu verdeutlichen, ein Beispiel. Wenn du heute ein Glas Cola trinkst, macht das gar nichts. Aber es schmeckt, gibt dir einen Glückskick und ein gutes Gefühl. Das willst du morgen natürlich wieder haben und nächste Woche und nächsten Monat in den kommenden Jahren auch. Kurzfristig hat das überhaupt keine Auswirkung. Aber jedes Glas zieht ein ganz kleines bisschen von deinem Gesundheitskonto ab und zahlt dafür ein ganz kleines bisschen in den Kalorien-Langzeittank ein. Und deshalb wird es langfristig sehr teuer für dich, weil es dir Lebenskraft und eine gute Figur raubt. Was wird aber passieren, wenn du dich heute dazu entscheidest, nur noch Wasser zu trinken? Was wird kurzfristig passieren? Nichts! Und morgen? Auch nichts! Blöd ist, Wasser bastelt dir, anders als Cola, kein Synapsen-Fasching. Da tanzen die Glückshormone kein Lambada im grauen Matsch. Jetzt brauchst du den Weitblick, also Geduld, um dann dran zu bleiben. Was, wenn du das eine Woche, einen Monat, wenn du das mehrere Jahre machst? Du ahnst nicht, was das für deine Lebensqualität bedeuten wird. Und natürlich auch für deine Figur. Wichtig ist, alle schlechten Gewohnheiten haben kurzfristig keine negativen Auswirkungen. Deshalb schleichen sie sich auch ganz langsam an. Mal einen Tag, eine Woche, einen Monat, jeden Abend eine Tüte Chips gefuttert. Das macht nicht gleich dick. Irgendwann ist es aber dann ein unbewusster Prozess, der dir nicht mal den Kick wie am Anfang geben wird, weil du dich an den Zucker-Kick oder in dem Fall Chips-Kick gewöhnt hast. Das ist doch das Ärgerliche daran. Der erste und wichtigste Schritt ist, sich seiner Negativgewohnheiten überhaupt erst einmal bewusst zu werden. Ob es Cola, Schokolade, das Rauchen oder auch ganz andere Gewohnheiten sind. Denk doch mal darüber nach. Welche negativen Gewohnheiten möchtest du gerne verändern? Und welche Gewohnheiten würdest du gerne anstelle der schlechten etablieren? Schreib dir das gerne auf, dann verinnerlichst du noch mehr, was du gerne verändern möchtest. Ein ganz wichtiger Tipp dazu. Vermeide Negationen. Schreibe nicht, nicht, also sowas wie ich will nicht mehr Cola trinken. Warum? Denk mal nicht an einen blauen Hasen. Hast du dir gerade für einen ganz kurzen Moment einen blauen Hasen vorgestellt? Ja, dein Kopf arbeitet mit Bildern. Das Wort nicht ergibt aber kein Bild. Es kann gedanklich nicht realisiert werden. Es wird also ausgeblendet. Das ist so ein winziger Trick, der aber langfristig große Auswirkungen haben kann. Also, los geht's. Nimm dir Stift und Zettel und leg los. Werde dir deiner negativen Gewohnheiten bewusst und tausche sie nach und nach gegen neue, gute, gesunde Gewohnheiten. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen ersten Schritten in ein gesundes Leben. Solltest du dir weitere Tipps von mir zum Thema Abnehmen wünschen, freue ich mich, wenn du meinen Podcast, mein Instagram und oder YouTube-Kanal abonnierst. Falls du das Gesundheitsthema ganz ernsthaft anpacken möchtest, schau dir mal meinen kostenlosen Online-Vortrag an, in dem ich dir drei Tipps zeige, die alles verändern können. Ich verlinke ihn dir hier in der Beschreibung unter diesem Video. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.